Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Wir spielen Diablo 3 und heute geht es um die dritte Krypta. Wir werden das Register eines Totengräbers finden. Wir werden den Schrecken der Krypta, den Fleischerschlund, bekämpfen müssen und werden unser erstes Unique Item finden, einen Kopfschutz. Wir werden ätherische Latschen finden und wir müssen gegen den Astralenwächter der Krypta kämpfen. Ja, letztendlich geht es um die Krone. Die wollen wir natürlich haben, sonst können wir nicht zum Skelettkönig. Das alles in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut. Hallo und zurück zu Diablo 3. Wir machen hier weiter. Und zwar wollen wir immer noch König Leorix Krone. Die finden wir im dritten und letzten Dungeon. War ja klar gewesen, dass wir durch alle Dungeons müssen. Hier haben wir noch Register eines Totengräbers. Das können wir uns noch anhören. In der Nennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. So, und dann rein in die Krypte, in die entweite, auf der Suche nach Beziehung des Krone. Das bedeutet, wir haben hier zwei Dungeons. Und zwar sind wir jetzt in den ersten und dann geht es weiter hinab in den zweiten. Dort werden wir dann die Krone finden. So ist der Plan. Und hier haben wir eine ganze Menge von... So, ich fahre mich jetzt mit den ganzen Knochen und Stacheln weg. Da ist natürlich cool. Der doppelte Schaden. Da kann man nichts verkehrt machen. So, wir laufen hier hoch. Überall diese Totengräber, die gehen dann wirklich auf die Nerven. Und hier unten sollte es dann weiter gehen. Denke ich mal, muss die Karten natürlich ablaufen. Ich weiß natürlich nicht, wo irgendwas ist. Die Karten, äh, die Karte, die wird ja zufallsbestimmt nach jedem, ähm, ja, jedem Einlocken. Das ist natürlich schon cool. So, das verspricht dann auch Abwechslung pur. Und das hier war anscheinend der falsche Weg. So, jetzt stehen wir ja alle im Weg. Wie gesagt, was mir im Weg steht, wird platt gemacht. Jetzt doppelter Schaden. Das ist aber cool, dass dann fast nichts mehr übrig ist, was ich da platt machen könnte. Wenn ich doppelten Schaden bekomme. Aber okay. Wir laufen mal hier weiter. Da geht es doch. Auf jeden Fall. Da haben wir Bledermäuser. Nicht genug Essenz, gut. Und warum ist die Essenz wieder voll? Dann geht es hier runter. 20 Sekunden lang doppelter Schaden. Ja, die Schauung ist die Sache erledigt. Ah, das mag ich ja gar nicht, wenn ich da so eingepfercht werde von den Gegnern. Hier geht es hinab. Entweite Krypta Ebene 2. Die müssen wir natürlich jetzt noch machen, beziehungsweise müssen wir erst mal an dem Wächter vorbei. Und da kommt ja schon unser Wächter. Fleischer Schlund der Schrecken der Krypta. So, dann hauen wir einfach mal drauf. Meine Essenz wird gerade leer. Jetzt ist sie wieder voll. Und mit L2 markiere ich ihn auch. Dann haut sie immer wieder drauf. Jetzt ist sie eingefroren. Coole Sache. Und das war's. Ein Kopfschutz. In Gold. Das ist natürlich cool. Unser erstes unique item. Ein Kopfschutz, was das wohl sein wird. Ich schaue da mal im Lager. Rüsten wir uns dann aus. Und dann schaue ich mal, was das war. Jetzt geht es erst mal hier zu den Grabwächtern. Die Grabwächter sind die ersten Lauschhaltung. Diese hier mit der lila Aura. Die Castenskelette. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Von daher werden die jetzt erst mal ausgeschaltet. Und da haben wir drei Stück hier unten. Von diesen Grabwächtern. So, und jetzt können wir uns den Skeletten hier widmen. Anschließend schnappen wir uns die Krone. So, Erleiterschaden wird reduziert um 25%. Da haben wir noch ein paar Skelette. Nicht schlecht. Okay. So, jetzt habe ich Kanzler Eamon Strahler Wächter. Ich muss ja echt mal gucken, dass ich den da Wegstoßung hatte. Das ist blöd. Verlangsamt. Auch noch dazu. Dafür kann ich ihn einfrieren. Auch nicht schlecht. Jetzt sehen wir es. Und wenn meine Essenz voll ist, haben wir hier mit Knotenspeer drauf. Ätherische Latschen. Ätherische Latschen. Ist das geil? Das ist ja mal ein Name für meine Stiefel. Sterbliche Breiten. Gold. Nicht schön, aber selten. Ein Muster für unser Banner, die Krone und das Stadtportal. Das heißt, wir können uns ab jetzt in die Stadt teleportieren. Und zwar mit der Kreuz-Rechts-Taste. Und bevor ich hier mit Hedrick und den ganzen anderen Vögeln spreche, rüsten wir uns erst mal aus. Und schauen wir mal, wie wir das Schönes haben. Fertigkeiten sind jetzt noch nicht der Bringer. Ich tue jetzt erstmal das hier noch anklicken. Die lähmenden Stachel. Für meine Knochenstachel, die ich jetzt noch einsetze. Dann haben wir hier eine Skelettenmarke brauchen wir nicht. Knochenspeer, verseuchtes Mark machen wir auch. Und alles andere brauchen wir jetzt im Moment nicht. So, die ätherischen Latschen, die rüsten wir aus. Wir sehen schon, die sind auf jeden Fall besser als die Schuhe, die wir tragen. Ja, plus Intelligenz, plus Leben. Und dann haben wir eine Hose. Da würde ich sogar sagen, da sieht die hier gut aus. Mit drei grünen Dreiecken nach oben. Nicht schlecht. Gürtel, ja, der hier. Waffe, könnte man auch mal eine neue gebrauchen. Und die beste ist hier ganz oben, der Wurfspieß. Den rüsten wir natürlich aus. Handschuhe haben wir schon die sterblichen Breiten angelegt, automatisch. Rüstung, ja. Nehmen wir die hier, die hat eine höhere Verteidigung. So, unidentifiziert. Das macht nichts. Da drücken wir ganz einfach die Quadrat-Taste. Da haben wir Leoryx Krone. Schön. Unser erstes Unique-Item. Dann die A-Maschinen, klar. Magisch viel besser als die gewöhnlichen. Und hier sehen wir schon, da nehmen wir, ne, die machen, die nehmen sich beide nicht viel, ne. 5% Gold und bloß 4% Erfahrung. Dann nehme ich doch die Erfahrung. Das haben wir schon angelegt. Okay. Coole Sache. Mal schauen, wie wir aussehen. Unser aktuelles Erscheinungsbild sieht gut aus. Und die restlichen Waffen, die verkaufen wir. Hier, das wird alles verkauft. Das auch. Da, damit da mal wieder Platz drin ist. Und wir weitersammeln können. Perfekt. Jetzt schauen wir uns unser Banner an. Da haben wir auch neue Sachen bekommen. Ich fange mal hier an. Die gekreuzten Stäbe haben wir ausgewählt. Neu ist hier nichts. Hier ist was neu. Genau. Auch nicht schlecht. Da ist immer noch der Stern oben drüber. Da. Das hier ist neu. Das nehmen wir doch gleich. Und ansonsten. Ich würde hier auch mal ein bisschen was ändern, oder? Was wäre noch gut für uns? Baum. Totenbeschwörerin. Was wäre noch gut für die? Hm, hm, hm. Ich denke mal, was cool aussieht wie ein Drache. Und das hier ändern wir mal auch, oder? Ranken. Skarabeus. Das nehmen wir. Gut. Jetzt sprechen wir noch mit unserem Hedrick. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Und während er hier arbeitet, warten wir so lange. So neu wie an dem Tag, an dem sie dem festeren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schwiegen. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Es gibt keinen höheren Zweck, als das Gleichgewicht zu bewahren. Die Priester von Rathmar würden eure Hilfe willkommen heißen. Eines noch. Ich bin während meiner Reisen auf die Leiche eures Lehrlings gestoßen. Es war ein schneller Tod. Nervischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. So, hier noch was. Eine Stangenwaffe für uns. Und dann schauen wir mal, was uns Deckard Cain als nächstes für einen Auftrag gibt. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Es scheint, als gäbe es keinen anderen Weg zum gefallenen Stern zu gelangen. Okay. Kehrt in den Garten der Kathedrale zurück. Von dort aus können wir dann in die Kathedrale und die anderen Ebenen erforschen. Natürlich bis zum Skelettkönig, den wir dann bekämpfen sollen. Ja. Das ist der Plan für die nächsten Folgen. Und ich würde mal sagen, wir machen hier mal Schluss. Denn die Kathedrale, das ist ein langer Weg. Und da werden wir noch viel erleben. Und viele Leute treffen. Und Kämpfe gibt es dort. Und keine Ahnung, es wird auf jeden Fall was Größeres. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.